Das ist jetzt Wirklichkeit, jetzt gemeint, selbst mit Leid. Aber ehrlich gesagt hast du dich schon seit Ewigkeit. Nicht mit mir gemolten, ich versteh das aber noch bis zu einem gewissen Grad. Frag mich, was dein Gewissen macht. Du hast immer Spass mit allen anderen. Nur mit mir nicht noch mal auf. Dieses Viertel ist schon zu viel für lang. Fick dich! 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 Untertitelung des ZDF, 2020